Moin Leute! Ein kurzer, kleiner, ungeschminkter Beitrag. Viele von euch haben es mit Sicherheit mitbekommen. Wir fahren dieses Wochenende am 17.04. nach Berlin. Eigentlich würden wir ja gerne woanders hinfahren. Oder wären in den Osterferien gerne woanders hingefahren. Oder würden im Sommer gerne woanders hinfahren. Oder würden Vatertag gerne woanders hinfahren. Oder, oder, oder. Aber nein, es sind ja alle Campingplätze geschlossen. Und ja, dafür gehen wir auf die Straße. Mit ganz vielen anderen noch zusammen. Wir sind gerade noch dabei und schrubben den Woni. Hi! Damit ihr uns auch schön findet. Und ich denke, boah, was ist das für eine dreckige alte Tonne? Ja, soviel dazu. Weil es ist ja ein Thema, was der absolute Wahnsinn ist. Ich möchte jetzt gerade dazu eigentlich gar nicht näher ins Detail gehen, sonst habe ich gleich wieder Puls von 400. Da vorne, nee, da, 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 da ist noch dreckig. Da so, irgendwie. So. Geht gerade nicht. Ich habe gerade Handkoordinationsprobleme. Oh! Äh, ich will da gar nicht näher drauf eingehen, weil das ist ein Frustthema mittlerweile. Ja. Ich möchte euch einfach nur mit auf den Weg geben. Wir werden live gehen. Teilweise mal auf Facebook, mal bei YouTube. Ähm, ja. Es gibt eine Gruppe, die nennt sich Campen mit Abstand. Da werde ich mit Sicherheit auch mal vorbeischauen. Oder wir. Parallel filmen wir das Ganze natürlich auch noch weiter für euch mit und machen hinterher ein Video draus. Aber wenn ihr der Meinung seid, dass es so nicht weitergeht, bleibt am Ball, unterstützt uns, unterstützt alle, die irgendwie kämpfen, 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 um zu kämpfen. Und in dem Sinne würde ich jetzt sagen, wir sehen uns. Na, wann sehen wir uns? Freitag. Oder Freitag schon mal auf der Fahrt, guten Tag sagen. Stimmt auch. Also morgen. Freitag ist ja morgen. Das ist schon morgen. Ja. Oh, da muss man mal reinhauen. Ich habe noch neue 100 kmh-Schuhe gekauft. Die habe ich gerade noch eben draufgezogen. Ja, jetzt schrubben wir hier einmal drüber. Hau noch ein bisschen Aufkleber und Flyer und Banner und hast du nicht gesehen auf den Wohnwagen? Ja, in dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns. Wenn ihr Bock drauf habt, davon was zu sehen, lasst ein Abo da, lasst einen Daumen da und den ganzen Kram. Und schön wäre auch, wenn ihr die Daumen oder die Abos da lasst, wenn das irgendwann hier alles mal wieder vorbei ist. Rasenmäher. Rasenmäher. Grüße an den anderen, der auch Probleme mit dem Rasenmäher hatte. Ja. Wie gesagt, Glück auf. Bis die Tage. Wir sehen und hören uns, würde ich sagen. Meinst du? Ja. Meinst du? Ja, mein ich. Ungeschminkt, ungeschnitten, einfach so rein damit. Macht's gut. Ciao. Ciao.